23 auf was geht ab bei neuen folge kann das heute pizza bäcker simulatoren auch noch aber ich glaube erst mal ein bisschen wir haben das spiel geholt mit ein kleines mit zwei dc ist aber schwer komfort der ziel das für immer stadt zu nennen das dkdc und hat noch ein paar staubens und das auf dem navi etwas aussieht anders die karte aus dem fall ich wollte weil ich in den euro tag ohne staubens langweilig ja stehe gerade etwas sehr naja wie soll man sagen unmünstig ich glaube so kann man das am besten sagen ja ich sag noch mal eins lasst gerne ein like und ein abonniere die glotte und keine weiter vertreibung mehr zu verpassen biege nach rechts hallo spiel ist noch nicht abgestürzt gut ich müsste mal in die ach ich habe auch eingestellt ich schneller zu als 90 fragen kann ja ich muss noch was ausmachen weiß ich nicht ob das kopf über das müsste alles dann so passen schreibt auf jeden fall in den kommentaren ob es zu laut oder zu leise ist ich glaube das genau richtig so ist ja ich muss sagen die hälfte von meinem verkehrmals funktioniert nicht mehr also wir spielen in der version 1.3912 wenn mich alles täuscht vielleicht kommt morgen eine neue folge pizza weg jetzt schreibt meine kommentare oder oder schreibt meine kommentare auf dem man wieder backen also auf dem man wieder anscheinend ich weiß normal noch vorbei macht keinen sinn für mich rechts halten und dann auswärts nehmen So ein Scherz. Wir wissen, sie fährt, glaube ich, 40. Oder 60. Dann schleichen wir mal hinterher. Jetzt hat es aufgehört, zu regnen. Jetzt hat es aufgehört, zu regnen. Lautlich weiß ich seit wie lange, wo man das Fenster schläft. Aber gerade alles. Ich habe es auf jeden Fall herausgekommen. Ich spiele auf Kontrollern oder so. So. Pssst, da hat er auch rar, also die Leibplanke. Bitte links halten. Ja doch, die Geltung gibt es nicht zwischen. Das habt ihr mal nicht gesehen, würde ich sagen. Ich glaube, der ganze Verkehr muss noch laden. Ein bisschen. Wirklich einige Staumerzelle. Ja. Ja. Hallo, die Fläche hat auch heute noch eine Frage. Das habe ich, he. Jetzt gerießt die Motor. Ja. Das müsste reichen. Ja. Jetzt habt ihr halt der Staumot schon. Dann haben wir mal wieder recht schalten. Und weil wir ja ein bisschen Stau haben wollen, fahre ich einfach mal runter. Ja. Ja. Ich berühre dich. Ich hab nicht. Also, falls jemand weiß, wie in EUR3 Simulator 2 ich weiß man kann online spielen, aber braucht man dafür alle DLCs schreibt mir bitte unten in den Kommentare, falls es jemand von euch spielt. Das Mikro ist an, oder? Was? Ja, das Mikro ist an. Könntest du etwas langer machen? Ja, soll doch das genießen. Ja, ich glaube, es geht einfach weiter. Das ist auch noch mal. Ui, 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 Kollege. Äh, das ist einfach jetzt nicht. Ach, du schade, da stehen ja alle wegen tanken an. Oh, oh, oh. Ja, das kann man so machen. Ähm, wir müssen ein paar aussortieren. Also, ich kann dir so viel sagen, ab der 1.14, äh, 40, könnte es passieren, fast keine Motivierung zu sehen, die steigen auf HD. Grafik soll dich was verändern. Ja. 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 Und das bleibt nämlich auch gleich, nach dem 1.15 auch. Ja. Bis zum nächsten Mal.